Willkommen zurück auf Nerd Universe, es wird mal wieder Zeit für Let's Plays und wir spielen Nap4Ballcast, den Prolog-Modus. Das Spiel selbst erscheint nämlich erst am 30. Januar diesen Jahres und ich habe den Titel in einem Tweet von der YouTuberin mit der schönsten Stimme gelesen. Soraya, Soraya kenne ich auch unabhängig von dem YouTube-Channel aus damaligen Zeiten, doch nicht real-life, aber eben Webzeiten, YouTube-Zeiten, YouTuber-Netzwerken und kann ich euch nur empfehlen, ihr findet Sorayas Kanal bei mir auf der rechten Seite in den befreundeten Kanälen, wenn ihr in den Hauptpart meines Channels geht und kann ich euch nur empfehlen, Soraya hat wunderbare Let's Plays, spielt sehr viele Spiele und wunderbare Spiele, die ihr bei mir in der Regel kaum finden werdet. Nap4Ballcast, das hat mich auf jeden Fall sehr gereizt und in der Stimbeschreibung steht, eine radikale Regierung ergreift die Macht und du überminst die Kontrolle über die National Nightly News. In dieser inversiven Propagandasimulation bestimmst unter Hochdruck, was die Menschen zu sehen bekommen und was nicht. Super interessant, gerade in der heutigen Zeit und das Schöne ist, das Ganze gibt es auch auf Deutsch. Ich zeige hier die Optionen und die Sprachen, einige Sprachen und Grafikeinstellungen, habt ihr auch noch ein paar Möglichkeiten und wir legen jetzt einmal mal direkt los, blind, ich habe es nur bei Soraya ein bisschen gesehen und wer das jetzt mit euch zusammen zockt, wir gucken ganz kurz noch was denn Extras ist, Archiv und Tageskopie, ok, legen wir mal einfach los. Spielnamen eingeben, wir nennen das Nerd Universe, ah, da nennen wir es Nerd News. Julia Salisbury, eine bekannte media erfahrene Rechtsanwältin, ist eine der Anführung der Advance Partei, ok. Was mich vor allem gereizt hat ist, dass dieses Spielkonzept komplett frisch ist, das ist was komplett, sowas habe ich in der Form noch nicht gesehen und gerade deswegen müssen wir uns das geben. Ich hoffe auf ein gutes Tutorial. Ah, es klingelt. Rechts. Ah. 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 ов Ah, schön erklärt. FACE THE FRONT AGAIN! You can see on the broadcast screen that we are in the end titles for the show before us. Fortunately they go on for fucking ages, so there is plenty of time for me to explain- Oh, right. Okay, they're over. So we haven't got long now to record the broadcast. Right, quickly mate, look down under the desk! You can see a load of video tapes on the left? They're your adverts! Pick any three and load them into the machines on the right. When you've done that, look up to the front again! Besuchen sie Bomby. Dann noch mehr rein machen. Dann noch Alan James und trainieren mit Ham Sleeves. Reicht das? Eins, zwei, ah, eins oder links. Die Körbe. 10 Sekunden, alle. Das ist, wie ich meine Liebe zeige. Und zwar, du gehst. 5, 4. Guten Morgen, ich bin Jeremy Donaldson. Unsere Hauptsache heute... Okay, alles gut. Nächster wird auch die News-Title auf der Körbe. Und da wird auch ein Körbe. Aber ich werde dich auch in. Just relax, mate. Es ist alles kräftig. Voll spannend. Das ist auch da jetzt so ein Körbe. Das war viel zu früh. Das war viel zu früh. Das ist schon mal kein Job für mich. Das ist schon mal kein Job für mich. Das ist gute Übung. Ach du Scheiße. Oh, das ist ein Böse. Das ist sehr geil. Wir werden unter Druck gesetzt werden. Das ist eine Art von Körbe. Aber nochmals wird sich mit dem körbe. Das ist ein Körbe. Ja, es ist gut. Lass du jetzt einmal an, ist es, wenn du den Körbe auf der Körbe auf den Körbe auf den Körbe auf den Körbe. Mängst du nicht mit schnellen. Oder wir werden alle beinträchtig. Die Körbe auf der Körbe ist, das Ganze zu einem Körbe auf den Körbe. Wenn es um 0 ist, press einen dieser drei Play Add-die-die-die-dweck-decken auf dem Körbe. Ich habe schon einmal an den Körbe auf den Körbe. Oh, fuck! Ah, auf der rechten Seite. War das richtig? Ja. Okay, da habe ich mich überhaupt nicht auf gepasst. Die Werbung hatten wir ja vorhin als VHS rein. Das ist richtig geil. Das ist sehr interessant gemacht. Segmentbewertung. Na, da haben wir einige Fehler gemacht. Was geil das im Britisch ist. Das war wirklich, wenn du mal nur auf den Schaut bist. Das war wirklich, wenn du die Be morgen bist auf der Nichtre Seite hast. Den Ja. Das ist nicht so, dass du auf den Schaut hast, wenn du redest. Das war ja auch so. Das war ja auch so. Das war wirklich, wenn du auf die Be. Was heißt das schon? Das war ja auch so. Das war ja auch so. So, ich will die Be, wenn du komisch heißt, Das war ja schon. Das war ja, dass das Problem ist. Das ist wirklich viele Sekunders. Dann werden die Be. Oder Sie sehen, dass die Be. Die Be. Jetzt müssen sie den Klarten Rad PDF-Fachrichten. Da sind ja gut. Jetzt schon. Nein, noch nicht. Machen wir noch. Danke, Jeremie. Megan Wolfe, Culture Correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare... Right, go to Blunderclatch on screen three when she says his name. ...by none other than Laurence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. I do have to tell you. Switch to two for the wide now. May I say having you here with us isn't my class. Right, now just try and stay on whoever's talking. ...which is called The Medicated. The Medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter... ...that's what I said to Peter. Give us a look at Megat's reaction. ...and now back to Thunder to our... ...put him on several movies, all terribly successful. ...I said to Peter, what a wild ride this has been. What a wild ride this has been. I really meant that. Wow, that is fantastic. And am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you playing? But seriously, yes, you're right. Was a complete departure from my last starring role. I played... ...Argent Brock Rock in Bullet Man. You'll remember that that was the true story... ...of one soldier's fight for a love that surpasses your life. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over a billion dollars, but obviously, who's counting? It's a role that saw you scoop two Best Actor Awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards. Although, those three little statues do take quite a place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it that drives you? Oh, that is a beautiful question, Megan. And not easy to ask you. I can't follow you. I have to watch the whole time. What I'm doing right now. With the switching. On which I switch, which total or not. I've been on that shot a bit long. And often, that's how it feels. Doesn't it? Doesn't it? Bleeding. Giving. Suffering for one's audience. Giving. Suffering. I suppose in the end, I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about to the world. Ah, now there's a number of reactions of her. So, her mimic. What do you make of this historic election result? Well, now you're asking. Historic election result. Indeed. Historic is the word. What? Difficult, isn't it? Very. Ridicult. I think, I've always been quite clear that when it comes to politics, that one should always strive to not fuck things up. Shit, he swore. Oh, well, don't worry, he won't do it again. Shit. Again, okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the brain. Right, they've swapped the shot of Jeremy on screen one for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'll just let Megan cue you in. My character, Dr. Lawrence Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Wow. Exciting stuff. Oh, it hurts, man. If it's good, I can't fix it. Doctor. I don't understand it. Cool, it looks like Blunderclatch is losing it in the studio. I'd love to hear what he's saying, but don't switch to it now. You can go to the Russia's room when the broadcast is done. We keep everything. I don't know that. I think it's going to be more complicated. And more to do more. This plane crew. I can't follow the film. I can't follow the film. I did it for you, baby. All for you. I'm gonna change the camera, do you remember? I can't listen to you. You told me, but I didn't listen. I'm drowning, Lance, you said. You need to see this. No, it's all too late. I'm drowning, Lance, you said. Look at this! I can't do this. I can't do this. Stop it. Stop it. This is the game. Get stopped. Yes. At the end of the clip, you won't apply another ad. Remember to use the clock at the top to count here in. If we should. You're busy. That's a problem. Oh, das sieht schon gut aus. Zwei, eins, und go! Zwei Sekunden später, du hörst das Swear-Word, aus dem Broadcast, und du musst aufhörst den Bleep-Button oder die Sprecher-Word auf deinem Keyboard, für so lange, wie das Swear-Word dauert. Es kann ein bisschen praktisch sein, um zu hören, zwei Dinge zuerst. Nur bleiben ruhig, und du wirst es. Und wenn du nicht aufhörst, wenn der Bleep-Button, du wirst aufhörst den Bleep-Button, du wirst das Geräusch aufhörst. Alles du musst, ist es aufhörst, während der Red-Bit ist über die Red-Line. Simple. Of course, if you do it by eye, you'll have to take your eye off the screens. That's why real professionals do it by ear. Most people like to have the volume of the Broadcast-Screen a little bit below the Master-Screen. Let's set it now. As you turn it up, you'll hear the advert getting louder. Good. You're set to start censoring. Like I say, it takes a little practice, and we'll try and help you through it, and soon we'll have you bleeping like a pro. So, remember, button lights up, count one, two, and hold it down. Oh, this is good. Remember to select screen one now that you've got the fee. And don't wait for the Broadcast to go live. That's too late. You can use the number buttons on your keyboard. One to four. Seriously, Padworth. Five. Four. Three. Welcome back. And I'm told we can now go back. And I'm told we can now go live. Peter Clement and Julia Salisbury are about to make their acceptance of this. Are about to make their acceptance of this. Cut to the outside broadcast. Oh, shit. He's pissed. Get rid of your blame. estateō, please give me time to get through. Get back toiums & Vogel. Hang back to our ankles, Jim. Now, guess I'm gonna be able to wait. Don't leave the zones of our school. Look at this. Thishole is fine. The word is dirty. Jetzt muss ich drauf achten, wer gerade spricht. Aber es ist cool, man ist dauerhaft beschäftigt. Hoffentlich kommt kein Störgeräusch, äh Störbild. Ah ok, jetzt blick ich das mal mit der totalen. ...definitivist of every person in the country with the millionaires. You know the sort, I probably, you rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in their gated community. Tomorrow we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth offshore, no more trust funds or creative accounting. A simpler, fairer, unavoidable tax system. So, all you bastard popular snubs, I've got nowhere to... Nice! And earlier today, we revoked your passport. You wanna embark? You wanna leave like you threaten before the electorate? First fight! First fight! Also cool, deswegen die Reaktion. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals into a team. ...to properly fund health and education. To raise the living standards of us all. The fundlets said we'd have to raise the billions of people in the city. No, we're with the... ...man bit there... ...irgendwie... ...versierter... ...merk ich. Volle job. So do you posh twice? The people who pay you a pot of... ...the people who pay you a pot of... ...in their bodies... ...no you totally missed that. The people whose children you raise... So they've got time to get even fucking richer... Advance have this to say to you... ...perfect. ...to date. We are coming for your sport. ...ist so that's good ey. Das is... Wie so'ne Art Threads on Fire... ...auf ganz andere... ...auf ganz andere... ...a... ...art nicht. ...Threads on Fire Leute... ...kenntnis. ...it ends. Das Gefühl, das ist echt interessant. Ja, Leute. Ach Scheiße, stößig. Oh, das lief das Ganze gerade so gut. Naja. Du bist voll überfordert, übern Alarm und so. Werbung. Du bist voll überfordert. 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 Nein, du hast einen Tag. Du versuchst nicht, dass du getötet hast. Nein, du hast einen Tag. Hammerhart. Ja, und das ist NaV4Borgast. Ist jetzt hier in der Prolog-Version. Für jeden kostenlos spielbar auf Steam. Und ja, ab dem 30. Januar ist es dann auch in der Vollversion beziehbar. Und ja, das wird interessant. Soll aber wohl noch in die Early Access gehen. Das heißt, es ist noch kein Full Release. Aber ihr könnt es halt euch eben entsprechend schon anschauen. Ich empfehle euch auf jeden Fall. Gebt euch mal den Prolog, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Ich finde dieses Spielkonzept wunderbar erfrischend. Und bisher war es mehr als interessant. Es war lustig, vor allem unterhaltsam. Ja, hat Spaß gemacht. Und nochmal Hinweis darauf. Checkt Soraya's Kanal aus. Dank ihr habe ich festgestellt, dass dieses Game jetzt überhaupt symbolisch spielbar ist. Gebt dir ein bisschen Liebe. Ich bin draußen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt die Werbung. Ja. Ja, mein Liefer. Ja. Vi good bin.